Willkommen beim Hamster, willkommen auf der Südhautsroute vierter Etappe Berger nach Nordhausen. Ich sehe nämlich nach Kurven. Ach man. Das ist hier nur noch etwas. Gerade das ganze Stückchen hier. Das ist die goldene Aue. Hier fährt man mehr oder weniger nur gerade aus. Und es verbindet so die einzelnen Einstiege zum Arzt aus dem Süden heraus. Der war mit der entsprechenden Talspreche. Der war mit der Noten eines Ausd center. Der war mit derולם. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020